Hallo ihr Lieben, ich möchte wieder euch ein Update geben, was bei mir so passiert ist in der letzten Woche. Und zwar hatte ich ja jetzt meine OP, also sprich es wurde jetzt der Tumorrest rausgenommen an der Brust. Das Mammografiebild hatte ich ja auch bei Facebook euch gezeigt und da hat man eigentlich gar nichts mehr gesehen auf dem Ultraschall. Es war aber noch so ein bisschen was zu erkennen, wo man nicht genau wusste, ist es jetzt Tumorrest oder ist es Narbe von der Chemo, was wohl auch sein kann. Bei der OP war es aber jetzt so, dass wirklich noch Tumorzellen auch da waren und die wurden jetzt eben rausgeschnitten. Und dann wurde auch während der OP ein Schnellschnitt gemacht von dem Gewebe, also sprich da wurde dann geguckt, wenn das jetzt kreisförmig rausgeschnitten wurde, dann ist wichtig, dass außen am Rand eben keine Zellen mehr sind. Und das wurde wohl mit dem Schnellschnitt gecheckt und dann waren aber eben noch Tumorzellen am Rand und es wurde noch ein bisschen mehr rausgeschnitten. Und ich weiß jetzt nicht, ob es dann nochmal geprüft wurde oder ob man einfach gesagt hat, okay, jetzt müsste es draußen sein. Und das ganze Gewebe wird dann in die Pathologie geschickt zum Untersuchen und da warte ich jetzt noch aufs Ergebnis. Also da wollte ich eigentlich letzte Woche oder vor ein paar Tagen jetzt schon mit dem Krankenhaus telefonieren, aber irgendwie haben wir uns noch nicht erwischt und ich will jetzt morgen mal anrufen und fragen, ob alles frei ist. Und ich hoffe und drücke da echt die Daumen, dass das alles gut war, denn sonst müsste nochmal geschnitten werden. Und ich habe dabei auch gleich den Port rausmachen lassen. Das ist ja hier, wo hier oben immer der Knubbel war, also ist jetzt noch die Narbe da und ist auch wirklich alles gut verheilt. Also auch bei der OP ging es sehr gut, freitags war OP und den ganzen Tag habe ich eigentlich geschlafen von der Vollnarkose und samstags ging es aber so gut, dass ich wirklich schon alleine frühstücken konnte und auch dann im Krankenhaus schon ein bisschen rumspaziert bin. Also mir ging es wirklich gut, ja. Und bei der Brust ist es so, ich versuche euch mal das zu zeigen, dass quasi hier unterhalb, also direkt unterhalb quasi von der Brust wurde ein Schnitt gemacht, der zwar recht groß ist, also der einmal so komplett entlang geht, aber man sieht es eigentlich gar nicht. Also wenn man von vorne guckt, dann sieht man den Schnitt gar nicht, weil dann ja die Brust so ein bisschen einfach runterhängt, also wie ihr euch das halt so vorstellen könnt und dann sieht man das eigentlich gar nicht. Und jetzt muss ich mal abwarten und muss jetzt einfach die ganze Zeit noch so ein Sport-BH tragen, dass es einfach alles gut gestützt ist und nachher nicht irgendwie dann so runterhängt. Und ja, also von daher sieht es jetzt schon im Spiegel einfach super aus und da bin ich ganz, ganz zufrieden und wie gesagt hoffe, dass nichts mehr geschnitten werden muss. Und dann hatte ich eben noch ein paar Tage so eine Drainage drin, wie das ja nach der OP immer ist. Die kamen montags dann raus, also ich war wirklich nur von Freitag bis Montag dann im Krankenhaus und montagsabends konnte ich nach Hause gehen. Und ja, also mir geht es wirklich gut. Ich versuche mich jetzt zu schonen, dass nicht irgendwie die Narben groß werden oder sich irgendwie breit ziehen. Und ja, also natürlich merkt man bei manchen Bewegungen schon, dass es ein bisschen zwickt, aber es ist ja auch klar, dass ja auch wirklich eine große Narbe auch, also an beiden Stellen eigentlich, die jetzt da verheilen muss. Und sonst ist aber alles super. Ja, das Einzige, was jetzt ein bisschen doof ist, was im Krankenhaus dann auch doof war, ist eben mein Lymphödem-Arm, denn durch die OP werden wohl verstärkt Lymphen ausgeschüttet. Also ich habe mich jetzt aufklären lassen von meiner Lymphdrainagenfrau, viele Grüße an der Stelle, dass sozusagen die Lymphflüssigkeit, die Lymphe, die transportiert quasi den ganzen Dreck aus dem Körper auch weg. Und bei einer OP werden dann entsprechend mehr ausgeschüttet. Und dadurch, dass aber hier Lymphknoten entfernt wurden, ist ja der Transport, also der Abtransport ein bisschen gestört. Und deswegen funktioniert es nicht mehr so gut. Und dann kann es passieren, dass dann das sich im Arm ansammelt und dann dick wird. Also wie so Wassereinlagerungen, das kennt man ja zum Teil. Und noch dazu hat man nach der OP erstmal um die Brust so einen Druckverband, einfach wegen der OP-Wunde. Was auch schlecht ist für diesen Lymphstau. Also alles, was quasi einschneidet an der Stelle, macht dann diesen Abtransport noch schwerer. Und deswegen war das natürlich jetzt doppelt schwierig. Und ich habe dann samstags und sonntags wirklich so einen riesen dicken Arm gehabt im Krankenhaus. Und eigentlich tat mir nichts weh außer dem Arm. Also ich konnte den überhaupt nicht mehr auf den Tisch einfach auflegen, ohne dass es hier unten wirklich weh getan hat. Und montags kam aber dann zum Glück eine im Krankenhaus für Lymphdrainage und hat dann Lymphdrainage gemacht. Und hat dann eben gesagt, der Arm muss jetzt erstmal so bandagiert werden, damit der eben wieder kleiner wird. Also ich muss jetzt immer nach der Lymphdrainage, die ich jetzt zweimal die Woche dann habe, immer noch einbandagieren lassen. Und wenn der jetzt wieder kleiner ist, dann kann ich mir quasi so einen Strumpf im Sanitätshaus besorgen. Da freue ich mich jetzt schon, weil der bestimmt wesentlich besser an und aus zu ziehen ist. Das ist so ein bisschen wie so ein Thrombosestrumpf. Nur für den Arm. Und dann hoffe ich auch, dass der Arm einfach so weit wieder in Ordnung kommt, dass man das relativ normal belasten kann. Also ich muss wohl jetzt schon immer darauf aufpassen, dass ich da nicht so schwer hebe, dass ich keine Taschen hier drüber hänge, was einschneiden könnte, oder dass auch BHs nicht so eng sitzen, dass da irgendwas einschneidet. Also grundsätzlich sollte ich eigentlich überhaupt hier und hier an der Seite nirgendwo mehr was einschneiden oder fest runterdrücken, weil einfach das sonst für diesen Lymphtransport schlecht ist. Genau, das ist so das Einzige, was jetzt ein bisschen doof eigentlich ist, aber das ist ja auch händelbar, sage ich mal. Das Einzige ist beim Schminken aktuell, dann merke ich, aber ich glaube, das ist eher durch diesen Verband, weil der dann hier so am Ellbogen schlecht, also einfach eng ist und es drückt, dass das Schminken noch nicht so ganz gut funktioniert. Und ja, also ansonsten geht es mir aber sehr, sehr gut und alles gut und ich bin froh, dass wieder ein Schritt geschafft ist und hoffe, ich erreiche jetzt morgen jemanden hier im Krankenhaus und weiß dann, ob der pathologische Befund gut war und kann dann hoffentlich auch mit dem Strahlenteam sprechen, denn das steht wohl als nächstes an, die Bestrahlung, dass ich da hin kann und das eben klären kann, wann geht es los und hoffe einfach, dass dann Anfang Juni das wirklich losgehen kann und dann noch irgendwie so 30, 35 Bestrahlungen sind und dann ist es geschafft. Also dann, ja, haben wir es quasi geschafft. Ja, genau, das wollte ich euch jetzt nur erzählen und dann, ja, ansonsten freue ich mich nach wie vor, wenn ihr hier nette Kommentare schreibt und ihr dürft natürlich auch hier meinen YouTube-Kanal abonnieren, das kostet ja alles nichts, oder auf meiner Webseite schauen und bei Facebook schauen und bei Instagram und keine Ahnung, wo man überall, also wo ich überall die Sachen ja immer update, das verlinke ich alles hier unten in der Infobox und da könnt ihr mich dann finden und wenn es euch gefällt, dann hier auch Daumen hoch klicken und so weiter, ihr kennt es ja alles schon und ja, dann freue ich mich, bis zum nächsten Mal und sag mal Tschüss! Und dann, ja, 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 Vielen Dank.